Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Feed the Beast. So, nicht wundern, wir waren ja letztes Mal oben auf dem Turm stehen geblieben. Ich hatte das ja schon mehrfach erwähnt. Blöd ist immer, wenn man sich auslockt, bleiben die Turtles stehen. Deswegen habe ich die jetzt mal wieder einmal in Gang gesetzt. Mehr habe ich nicht gemacht, das wollte ich euch nur sagen. Und jetzt geht's weiter. Und ich habe Pläne, gehörige Pläne für diese Aufnahmesession. Und dafür brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Sand. So ein Stack ungefähr, würde ich sagen, nehme ich mir jetzt hier mal weg. Scheiß auf Landschaftserhaltung. Ein bisschen natürlich gestalte ich das hier noch so. Aber ich brauche jetzt Sand, um voranzukommen. Ich brauche nämlich Glas. Und ihr werdet dann gleich sehen, was ich damit vorhabe. Ich habe mir nämlich noch ein letztes Mal die Thematik Wasserturm zu Gemüte geführt. Ich habe das mal in der Testwelt genauso nachgebaut, wie es hier ist. Also vielleicht nochmal zur Info. Ich hatte ja gesagt, ich will die Zinnkabel durch Diamantkabel ersetzen, weil mir das nicht ganz geheuer vorkommt. Dann mit der Energie. Oh, Moment, entschuldigt. Ich habe das nicht einmal hier wieder auf Normal stellen. Ich habe das aber mal nachgebaut, den Wasserturm. Sowohl mit Zinnkabeln als auch mit Diamantkabeln. Also genauso, wie er hier steht. Und da gibt es keinen Unterschied. Die Energie ist die gleiche, die da rauskommt. Also die Zinnkabel verschlucken da wirklich nichts. Der ist einfach so ineffizient. Also ich habe das dann mal sozusagen per Auge ausgerechnet. Der ganze Turm hier, der produziert weniger Energie als ein Low-Voltage-Solarpanel. Also echt wenig, wenig, wenig. Und deswegen werde ich da jetzt noch vier Mühlen raufsetzen. Moment, ich hatte hier irgendwo, ich suche gerade Öfen. Ich hatte noch welche hier. Deswegen werde ich da jetzt vier Mühlen raufsetzen und das Ding dann abschließen. Und mich einfach damit abfinden, dass Wasserkraft halt einfach super ineffizient ist. Und mich damit nicht weiter rumärgern. So, hier kann ein bisschen Glas vor sich hin schmelzen. Ich brauche Marble Bricks und normales Marble. Und ich brauche eine Zange. Und ich werde das hier auch ein bisschen verändern. Ich werde die Bedbox hier rausnehmen. Und nur eine MFME mit einem Low-Voltage-Wandler hier drin lassen. So, das nehme ich erstmal raus. Hier kommt jetzt erstmal alles raus, was keine Miete zahlt. Gut, okay. Stoney Mahoney. Dann, ähm, Generatoren. Guck mal, dafür auch die Öfen. Ein, ich brauche noch einen zweiten. Äh, Refined Iron gibt es hier. Okay, zwei Generatoren, Stickies und normales Holz. Das sollte ich doch noch alles haben. Normales Holz habe ich noch auf Tash. Jetzt laufe ich wieder hier hin. Ich habe doch da hinten jetzt meine Project Table. So, zwei, 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 zwei. Zwei. Und vier weitere. Sehr schön. Dann, äh, jump ich doch einmal kurz hier hoch. So, ist das schon, halt, ist das schon richtig hier von der Höhe? Ist es. Ups. So, äh, halt, stopp. So. Und dann kommt hiermit jetzt die letzte Schicht Watermills. Und dann mache ich das hier dicht. Dadurch werden die auch nochmal ein Stück effizienter, weil ich dann überall Wasser setze. Und ihr seht ja jetzt hier, äh, immer in diesem Bereich, also auf Kante sozusagen, haben die noch kein Wasser. Das heißt, die kriegen noch vier, ähm, oder mal eins, zwei, drei. Also jede Menge Wasser noch, äh, drumherum dazu. Dann laufen die noch ein bisschen effizienter. Ähm, aber es ist einfach so, dass dieser Turm weniger herstellt als eine Low Voltage. Und das halt einfach nicht reicht, um die Maschinen auch nur zu bepowern. Das ist eben das Ding. Deswegen konnte das da auch nichts werden. So, mit den Solarpanels habe ich auch noch was Schönes vor. Fünfzehn. Ähm, wo war eigentlich, meine Marblehöhle war hier unten, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Hier bekomme ich doch auch Marble, oder nicht? Oh, kleiner Ruckler. Ähm, war das hier unten? Ja. So, da hole ich mir mal ganz schnell ein bisschen was. Nur ein bisschen brauche ich, um die einmal eine Umrandung da oben fertig zu machen. Ja, und ich habe auch herausgefunden, dass, ähm, dieser Bug mit dem EU-Reader, ihr habt es ja gesehen in, äh, einer der letzten Folgen, dass das nicht richtig funktioniert, mir das anzuzeigen, wie viel Strom da nun durchläuft. Und ich hatte ja die Vermutung geäußert, oder ich hatte da was von einem Bug gelesen, äh, bezüglich, ähm, der Kabel und, äh, des EU-Readers. Wenn da halt so viel Energie durch ein Kabel durchgeht, dass der dann bugt. Ähm, der scheint aber, so wie ich das jetzt festgestellt habe, generell Probleme mit Watermill zu haben. Also, ich habe, äh, wie gesagt, den Turm mit Diamantkabeln, äh, nachgebaut. Und da ist das gleiche Bild. Also, da kommt der EU-Reader anscheinend nicht mit klar, weil Watermills wohl keine stetigen Energiequellen sind. Sprich, das, äh, schwankt immer ein bisschen. Da sind Schwankungen drin in der Stromstärke, die da produziert wird. Also, mit allen anderen Sachen, ne, Solar, ähm, oder halt konventionelle Energie, da funzt der EU-Reader problemlos, egal, was für Kabel da sind. Es muss also wohl an den Watermills liegen, dass, ähm, die EU da, die EU per Tix da nicht ordentlich angezeigt werden. So, reicht mir auch schon. Und von daher, ähm, lasse ich das so. Denn ich habe, äh, ja sowieso keine andere Option. Ich habe keine Diamanten, das ist Mangelware. Und deswegen könnte ich das jetzt sowieso noch nicht durch Diamantkabel austauschen. Und, wie gesagt, ich habe auch rausgefunden, würde mir auch gar nichts bringen. Der Turm erzeugt sowohl mit Diamantkabeln als auch mit Zinnkabeln exakt gleich viel Energie. Und von daher wäre das ja blöd, ähm, da jetzt so viel Aufwand und Ressourcen reinzustecken, um das auszutauschen. Fangen wir einen Schluck trinken. So, deswegen wird der jetzt dicht gemacht und dann lecko mio. So, was sagt mein Glas? 15 Stück, das sind 30. Habe ich denn hier noch was? Guck mal, hier sind noch 13. Und bei den Solarpanels, guck mal, da sind auch nochmal ein paar. Denn wird das hier nachgefeuert. Und dann hat sich das hier, mal guck mal, was da alles los ist, hat sich das hier erledigt, dieses Thema. Ja, also ich müsste den doppelt so hoch bauen, wie er jetzt schon ist, um auf die Energie, also ungefähr, einer Low-Voltage-Solarpanel zu kommen. Ja, er ruhe er unten und, ähm, ja, das ist doch ganz schön krass, möchte ich mal sagen. Und, äh, im Endeffekt verbraucht man da meiner Meinung nach dann viel mehr Ressourcen, ähm, als man bräuchte, um, halt, Solarpanels mit der entsprechenden Stromstärke herzustellen. Von daher werde ich den nicht weiter nach oben ziehen. Ich denke mal, ich werde irgendwann später noch ein paar Windkraftanlagen draufsetzen. Da ist das Gute, die, ähm, erzeugen auch, äh, so wenig, dass, äh, ich die Zinnkabel hier bestehen lassen kann. Von daher passt das. Und die Solarfelder, ich habe hier auf der Terrasse reichlich Platz. Hier unter ist der Maschinenraum, da werde ich hier ein paar hinsetzen. Das sollte eigentlich auch, äh, in Ordnung sein. So, jetzt muss ich einmal gucken, ähm, hier oben kommt dann Wasser drauf und dann wäre das der Abschluss. Ich glaube, dann reicht mir eine Schicht nochmal. Eine Schicht und dann kommt, äh, kommen da Marble-Blocks drauf. Ja, gib doch Ruhe da unten! So, ups. Autsche. So, dem weine ich keine Tränen nach, dem Brickblock. Gut, Marble! Ich hatte auch gesehen beim Anmachen der Turtles, dass da, äh, ein ordentliches Marble-Feld drunter ist. Also da kriege ich dann wieder jede Menge neu davon. So, jetzt habe ich natürlich nur fünf Erde mit. So, pass mal auf, das ist ja nicht auszuhalten hier. So, tschüssikowski, du Nervensäge. Äh, Dorrit. Dorrit, 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 Dorrit. Dirtykowski. Und Water, jede Menge. Jede Menge Water. Mein Rucksack muss ich auch mal ausleeren. Und ich habe, nachdem ich jetzt dieses, ähm, den Turm abgeschlossen habe, habe ich einen Masterplan gemacht. Also ich habe generell mal ein bisschen, ähm, gebaut in der Testwelt und das hätte ich auch mal schon früher machen sollen. Ähm, ich werde dann als einen der nächsten Schritte mein Holzproblem lösen. Und zwar mit einer Farm. Ähm, mir hat ja sogar schon ein Abonnent geschrieben, dass er schon drüber nachdenkt, äh, oder dass er es gut finde, wenn ich das, äh, Game hier auf dem Server hosten würde, damit er mir Holzfarm kann, damit es schneller vorangeht. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an dich. Und da ist was Wahres dran, ähm, ich habe viel zu viel Zeit verballert, um, äh, normal Holz zu hacken. Ja, viel zu viel Zeit in dieser Perspektive, äh, äh, verbracht. Das zum einen und zum anderen brauche ich Holz oder kann ich Holz verwenden, um meine Ressourcenprobleme so ein bisschen, äh, zu lösen. Denn wenn ich unendlich Holz habe, kann ich mit einem Miniumstein daraus Obsidian machen, mit dem daraus Eisen. Und dann habe ich halt, äh, einen guten Grundstoff, um halt Maschinen zu bauen oder das Eisen weiter zu verarbeiten in Gold, meinetwegen. So, jetzt kommt erstmal auf jedem Müll hier einer rauf. Das Gute ist, die werden dann auch noch ein bisschen effizienter laufen, die Mühlen, weil halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Wasser drumherum ist. So, in jede Ecke von diesen Steinen einmal ein. So, noch einmal neu geholt. Das war doch wieder ein Endermann da. Also, das da. Glaube ich zumindest. Will ihm ja jetzt auch nicht Unrecht tun. Oh, und ich sollte dringend mal was essen. Dank unserer Kühe habe ich doch immer gut Steaks auf Tasche. Das ist sehr gut. Ähm, ja, habe ich das jetzt schon zu Ende erzählt, also werde eine Holzfarm bauen. Dafür brauche ich allerdings, ähm, Gerätschaften, die sich Logger und Avotrium nennen. Und dafür brauche ich Maschinen und dafür brauche ich Diamanten. Äh, also dafür muss ich noch ein bisschen Rohstoffe besorgen. Aber das wird dann kommen. Oh, baut sich das jetzt komplett auf? Ja, cool. Alles beruhigt. Zur Sicherheit setze ich hier nochmal einen hin. Und zur Sicherheit setze ich hier nochmal einen hin. So, sehr schön. Jetzt kann die Erde wieder weg. So, und dann kommt hier ein Dach drauf und fertig. Ja, also das wird eins der nächsten Ziele sein. Ähm, dann muss ich nicht immer per Hand so viel Holz farmen und kann das, wie gesagt, dann weiterverarbeiten zu anderen schönen Dingen, wenn dann was über sein sollte. Aber, wie gesagt, dafür muss ich erstmal gleich neue Ressourcen besorgen. Ähm, da arbeiten die Turtles ja schon ein bisschen für mich. Das ist gut. Und beim Anstellen der Turtles, beim Wiederanstellen, habe ich auch gesehen, dass sie unten Höhlen sind. Da werde ich dann mal reinluschern bei Zeiten. Noch ein bisschen was per Hand abfahmen. So. Dit wa dit. Okay, das reicht mir erstmal an Glas. Hm, ich tue das jetzt mal hier komplett mit rein. Sand kann hier mit zu. Marble und Dirt. Ach, siehste, bei Dirt fällt mir ein, ich wollte nochmal hinten zu dem anderen Loch hin. Zu dem ersten Turtlespot sozusagen. Da hat nämlich ein Abonnent geschrieben, dass er sich nicht ganz sicher ist, aber meint, da könnten vielleicht Diamanten kleben in der Wand. Ich glaube aber eher, dass das Apatit ist oder Nikolai. Aber ich werde nochmal nachgucken und das Loch auch gleich zumachen. So, ich brauche jetzt erstmal eine Zange, eine neue. Und hier ist das etwa alles, was ich an Bronze habe. Pass auf, dann kommt hier ein bisschen was. Und Kupfer. Hab ich hier eigentlich irgendwas, was Bronze braucht? Nö. Aber pass mal auf, ich werde jetzt hier das alles leer lutschen. Das nehme ich alles, oder ich lasse drei drin. So, dann habe ich fünf Eisen. Dann brauche ich ein bisschen Zinn. Ich glaube, es war so rum, oder? Ja. Acht Stück. Okay. Am liebsten würde ich mir so eine Electric Wrench machen. Wrench. Eine Batterie und ein Redstone Electric Circuit. Ich muss noch zwei Solaranlagen gleich machen, damit ich meine Low Voltage habe. Das heißt, ich kann mir hier locker einen rausnehmen. Eine Batterie. Wo war Redstone hier? Eine Batterie. Cool, cool. Dann habe ich eine Electric Wrench. Und bei der ist dann die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass ein Gerät beim Abbauen kaputt geht. Also es kann immer noch passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann schon sehr gering. Ich brauche auch noch Zinnkabel. Achtzehn. Ich gucke mal erst mal, ob mir die reichen. Guck mal, hier sind auch noch 4,22. Müsste eigentlich fast schon reichen. Denn ich habe ja nicht so viele Ressourcen. So, pass auf. Pass ob. Das kommt weg. Und jetzt kommt das hier auch mal. Erst mal alles weg. Und dann... Ach, bestens. Bestens. Da kann ich mal kurz meinen Wrench hier aufladen. Super. Ja. Das kommt weg. Wie gesagt, reicht nicht mal, um die 4 Maschinen aufrecht zu erhalten. Sollte ich mein Jetpack nicht nochmal auf... Nein. Das wäre fast schief gegangen. Einmal noch die Energie nutzen. Jetpack aufladen. Nun, die spawnen doch da, du Erde. Und zwar... werde ich sogar noch weitere Diamantkabel... Upsi. Komm ich gar nicht rein. Sparen, indem ich das hier bis zur MFE mit Zinnkabeln mache. Ja, so ist das. Aber da muss ich nochmal gucken, ob ich die MFE da lasse. Ich glaube nämlich fast nicht. So. Okay. Dann haben wir das. Es ist schon wieder dunkel. Es ist schon wieder dunkel. Oh, ich habe das Jetpack gar nicht an. Einmal schnell schlafen. Gute Nacht. Morgen. Jetpack aufgeladen. Sehr schön. Ja, ja, jetzt ist die Frage. Das kommt weg. Und das kommt weg. Hallo? Pass mal auf. Ich reiß mal den Boden hier einmal weg. Los, gib mir den Stein. Das kann auch weg hier erstmal. Hintergrund der Sache ist nämlich der, dass ich ja von hier oben dann mit Solar kommen will. Was dann auch in die MFE rein muss. Und deswegen wäre es eigentlich am besten, die würde ein Stück nach hinten stehen. Oder aber sie wäre in der Mitte. Das wäre eigentlich das Beste. Das wäre das Beste, wenn sie hier wäre. Dann hätte ich nämlich die Option, von der Seite noch Energie heranzusetzen. Ja, das ist das Beste, glaube ich. Das ist das Beste. Ich habe da schon Dirt of Tash. MFE, wo bist du? Da. Genau, das ist der Ausgang. Da vorne kann ich das ja mit Covern dann dicht machen. So, guck mal. Dann hätte ich da die Möglichkeit, später noch was ranzusetzen. Füllt sich auf. Das sollte jetzt hoffentlich noch ein bisschen mehr werden, wenn die hier vollständig hochgelaufen sind sozusagen. Ja, und weißt du was? Die müssen dann auch weg, denn dann kann ich die anders anordnen, hier die Maschinen. So, Stoni fünf Stück.